Hallöchen Leute! Wie ihr ja schon mitbekommen habt, hat die Ernte wieder begonnen und wir sind für euch wieder unterwegs. Diesmal aber vom Boden aus und nicht mit der Drohne. Heute sind wir hier zu Besuch auf einem Erbsenland, was gerade bearbeitet wird mit einer Scheibenegge und einem Glas vor. Falls euch das Video gefallen sollte, lasst ein Like da. Wenn nicht, könnt ihr immer unter den Kommentaren schreiben, was euch nicht gefallen hat, was man besser machen kann etc. Lasst euch was einfallen. Also in nächster Zeit hört ihr mal wieder was von uns. Hier erst mal ein bisschen Video. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020